Aber war hier noch... Ah, da ist noch eine. Ah, da hinten ist noch welche. Wie diese Arme mich versuchen zu fangen. Guck mal. Ih. Haut ab. Geht weg. Hentai-Tentakel. Habe ich die jetzt schon befreit hier? Ich glaube, die habe ich schon, ne? Streicheln? RB? No. Voll schön. Natürlich mache ich das bei allen. Okay, auf die kann ich nicht schießen. Okay. Gut zu wissen. Okay. Also alles kann ich nicht entfernen, sondern Single. Was? Single, um Geister in der Nähe zu finden? Mit X? Okay. Okay, da die Richtung, hier die Richtung. Alles klar. Ich verstehe. Ohne alte Tankstelle. 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 Okay, da hinten kommen wir aber glaube ich nicht hin, ne? Da oben ist was. Wie kommt man denn da hin? Hat er ein bisschen einen leichten Hauch von Journey, finde ich. Ja, stimmt. Wie kann ich denn da oben... Wie schieße ich denn mein Herz da oben hin? Äh, okay. Okay. Wie komme ich da oben dran? Okay, nach oben schießen kann ich gar nicht. Muss ich hier drauf vielleicht? Auf das Ding? Ich mache hier mal die Ölspur weg. An der Tankstelle. So, warte. Ich probiere mal. Okay, da komme ich nicht. Das klappt ganz gut. Dann vielleicht hier. Uah, nein. Uah. Hör auf damit. Nein. Leck mich am Arsch. Entschuldigung. Ach man. Das ist gar nicht einfach. Man muss... Gut, dass der Kreis da unten ist, damit man auch sieht, wo man ungefähr landet. Weil sonst wäre ich hier echt verloren. Dann weiß man nämlich auch, wann man loslassen kann und so. Jetzt mit dem Rufen ist voll gut. So, warte. Mein Herz schießt, ne? Ja. Ja, Mann. Geist befreit. Die Taube. Ah, okay. Wir haben die Katze befreit. Jetzt die Taube. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Okay. Sehr schön. Fortsetzen. Nein, wollte ich nicht. Zurückkehren. Ähm. Okay, da müssen wir hin. Vielleicht sollten wir irgendwie auf die Autobahn. Dahinten ist auch noch irgendwas. Aber das sind, glaube ich, nur Tiere zum Streicheln. Wie kommen wir da hinten hin? Ich glaube... dass wir über den Bus irgendwie kommen. Ich glaube, hier lang. Ja. Ich glaube, hier lang. Ja, Mann. Ja. Den Fuchs. Ist es ein Fuchs? Oder ist es ein Waschbär? Ich bin mir nicht sicher. Könnte ein Waschbär sein? Zurück mit B. Okay. So. Hier sind keine Geister mehr. Alles klar. Die Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Vielleicht da hinten über die Autobahn? Ich bin mir nicht sicher. Kann das... Oder müssen wir nach oben? Vielleicht doch. Doch. Ich probiere mal nach oben. Voll schön. Ich mag das. Nur kleine Details. So. So. Uah. So, wir sind oben. Ich glaube, das ist richtig. Oder? Ah. Du kannst Freigeister grüßen. RB. Manche lassen sich sogar von dir streicheln. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Grüßen mit RB? Ach so. Hallo. Hä? Wie gut. Hallo. Und einmal streicheln, bitte. Hä? Wie gut das ist. Ich glaube, wir sind richtig gegangen. So. Ich schaue mal eben. Okay. Keine in der Nähe. Trotzdem hat das irgendwie so einen bitteren Beigeschmack, ne? Das Ganze. Die Vorstadt. Ähm. Ich frage mich halt auch so, was ist hier passiert, ne? Mit unserer Welt. Weil es scheint ja unsere Welt gewesen zu sein hier. Das sind ja wahrscheinlich wir, ne? Der Mensch. Denke ich mal. Gehe ich ganz schack von aus. Aber wo sind die hingelaufen? Oh, wo laufen die hin? Nein, 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 nein. Oder was hatten die vor? Boah, Alter. Voll der, voll der Brummer. Voll der Brummer hier. Guck mal. Huch. Kann man nochmal zu und drunter herlaufen. Boah, Alter. Ich bin Frikadella. Entschuldigung. So. Aber was ist das alles hier? Okay, die gehen aber irgendwo hin, ne? Entschuldigung, wenn ich ab und zu da... Spaß mal. Das ist... Ich weiß, ich nehme so ein bisschen die Stimmung raus, ne? Was ist hier passiert, ist die Frage. Genau. Ist da oben irgendwas? Das leuchtet so komisch. Geh da mal hin. Okay, nee. Das leuchtet einfach nur. Okay, ich dachte vielleicht, ist da irgendwas Besonderes? Was? Singen? Achso. Wir haben wieder Geister. Zumindest ein da die Richtung da hinten. Ich glaube, damit wir auch ungefähr wissen, wohin. Spaß muss sein, ja, stimmt. Boah, ihr Frikadella wartet auf mich, ich hab Hunger. So. Also nicht immer alles ernst nehmen, was ich sage, ne? Ist so. Da müssen wir hin. Da kommen wir aber leider nicht hin. Wie war das nochmal? Oh Gott, ich hab jetzt schon wieder die Tasten vergessen. So. Okay, das heißt, wir müssen, glaube ich, erstmal außen rum. Aber guck mal, mit Kind und Kegel sind die hier unterwegs gewesen. Und die sind ja versteinert, ne? Und die haben irgendwie so das Bedürfnis, irgendwas in der Hand zu nehmen. Die beten irgendwas an. Da, Frikadella ist auch vorne. Hat's auch geschafft. Aber was? Diesen Turm hier? Was soll denn das sein? Äh. Was ist das? Aua. Das greift mich an. Das ist nicht gut. Da ist es nicht gut. Wir müssen da irgendwie hin. Da komm ich bestimmt nicht hoch, ne? Da komm ich bestimmt nicht hoch, ne? Ne. Okay. Die Dinger greifen mich an. Okay. So. Oder. Ach, Plastiktüten sind das. Das sind Plastiktüten. Plastiktüten. What the fuck? Ich werde angegriffen von Plastiktüten und von irgendwelchen ekligen Tentakel-Armen, die mich angrabbeln wollen. Na, das wird ja lustig. Das wird ja einen Spaß. Was macht der Kran da? Hörst du auf damit? Lässt du das sein, bitte? Uah, nein. Uah, nein. Nein. Ähm. Schwupps. Weg waren wir. Alter Schwede, bitte. Nein. Ähm. Ich wollte es noch mal sehen. Alter, es geht aber schnell. Leck mich fett. Puh. Der Kran fing auf einmal an, sich zu drehen. Was soll denn das? Hör auf damit. Lass das. Wo muss man denn hin? Ach, da hinten. Äh. Nein, ist falsch. Hier? Ja. Oh. Eidechse. Oder Gekko. Okay. Gut. Haben wir auch. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt keinen mehr, ne? Genau. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Ich hoffe, ich schaffe es. Oh, ja. Boah. Hilfe. Hilfe. Er ist LKW, ne? Oder? War, glaube ich. Huah. Lass mich. In Ruhe. Huah. Witzig. Dieser LKW, der da drin steckt. In der Wand. Lass mich. Wir sind ja eklig. Schwupps. Weg. Wie wir so eingesaucht werden. Weg. Guck mal, Plastiktüten sind das. Äh. Nein. Ich hasse euch. Plastiktüten geht weg. Ih, eklig. Warum greifen die mich denn an? Okay, die beten den Turm an oder wollen irgendwas davon. Aber warum? Kann ich irgendwas machen? Kann ich das alles begrünen? Ne, ne? Okay. Anscheinend nicht. Schade. Okay, da hinten und hier lang. Wir gehen mal. Und hier sind die, öh. Wie sind die weitergegangen? Aber wo geht's hin? Wo, oder wo wollten die hin? Weil die sind ja anscheinend nicht... Oder erzählt das einfach nur die Geschichte, wo die hingegangen sind, wirklich? Oh, Frikadella. Ähm. Vielleicht soll das nur bildlich darstellen, wo die hingegangen sind. Und die Welt ist eigentlich leer. Also das ist nur... Oh, haben die eine Frikadelle für mich? Oh, guck mal, die sind aus wie Gollum. So ein bisschen hier, die hier. Warte. Krieg ich das hin? Vom Gesicht her so ein bisschen, ja. Mein Schatz. Okay, da oben. Und einer ist da irgendwo. Vielleicht nehme ich doch erst den links, weil ich glaube, wir müssen hier lang. Guck mal. Schwups. Okay. Aha. Nein. Ja, das Wildschwein. Juhu. So, fehlen noch ein, zwei, drei. Dann haben wir, glaube ich, den Tierparcours haben wir, glaube ich, durch. Sehr geil. Das klappt ja ganz gut. Gut. Die junge Frau mit den Hängenbrüsten ist auch hier immer unterwiesen. Den Kinder und so. Dann der mit seinem Jungen auf dem... ...auf der Schulter und so. Hm. Alles, alles sehr fragwürdig. Was ist hier bei... Oh. Was hat der gesehen, frage ich mich. Oh Gott. Gut. Das heißt, wir haben den einen nur noch, ne? Oder? Ne, zwei. Äh, was? Ach, schon wieder Plastiktüten. Oh Mann. Angriff der Plastiktüten. Soll es vielleicht darstellen, dass wir nicht so viel Müll produzieren sollen? Ist das die Message vielleicht schon? Aber es wäre, glaube ich, zu früh, ne? Da haben wir es mal rauf. Okay, warte. Vielleicht klappt das ja. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Hallo Tauben. Hallo Tauben. Ja. Das Pferd. Das Pferd. Sehr schön. Okay. Gut. Haben wir das auch. Voll schön. Voll schön das Spiel. Komm, die mir... Uah. Ja, ist doch gut. Ja. Ja. So, wir begrünen mal hier ein bisschen alles. Oh, da hinten sind die Pferde. Oh, wie schön. Ich muss da mal hin. Es tut mir leid. Und ich mach alles grün. No. Voll gut. Kann das nicht so grün bleiben? Vielleicht ist da was, wenn du die Welt grün machst? Wo meinst du? Generell? Eben, wo es gelb geleuchtet hat. Wo war es denn gelb? Achso, an dem... Achso. Bei denen, bei diesen... Ah, okay. Ja, ich weiß schon. Ja, 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 ja. Hier war ja, glaube ich, auch gelb hier vorne. Warte mal. Könnten wir mal probieren. Wo war denn das? War das nicht da, wo der saß? Hier. Hier sind auch so Dinger. Oh, wie schön. Oh, das muss ich nochmal machen. Entschuldigung. Ich muss zurück. Es tut mir... Ich. Ich muss zurück. Ich muss es einfach machen. Ich muss es machen. Es tut mir leid. Ich muss die Bäume wachsen lassen. Ich will, dass das grün ist hier. Alles. Das bleibt dann auch grün. Ich muss nochmal kurz zurück. Entschuldigung. Das muss ich einfach machen. Einfach wegen der Welt halt. Das war hier vorne irgendwo, ne? War am Anfang schon irgendwie so Bäume nähen, ne? Oder? Nee, warte mal. Wo war denn das? War das... Das war weiter vorne, ne? Ich muss leider nochmal zurück. Es tut mir leid. Geht weg, ihr Mülltüten. Angriff der Killer-Tüten. Teil 2. So, ich mache jetzt erstmal hier schön grün alles. Weil es so schön ist. Ja, der Baum. Aber das waren die nicht, ne? Hier hinten war, glaube ich, noch was. Boah. Frikadella. Oh, ich baute gerne Schokolade. Mmh. Entschuldigung. Nein, hier waren die. Die meine ich. Die beiden hier auf dem Stein. Die hatten wir nämlich noch nicht. Ja, voll schön. So, sehr schön. Ach, wie toll. Wenigstens ein bisschen Stück Leben zurück. In diese doch graue Welt. Entschuldigung. Wo ist es denn? Vielen Dank.